Ravido, reto vea, einen schönen guten Abend. Die Weltklimakonferenz steht vor dem Scheitern. Zeit zu handeln, hieß das Motto der COP25 in Madrid. Aber trotz seines zusätzlichen Verhandlungstages ist noch immer kein Kompromiss für die Abschlusserklärung in Sicht. Sardinen gegen Salvini in Rom haben Zehntausende mit Sardinenbilder schwenkenden Menschen gegen die rechtspopulistische Lega-Partei des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini demonstriert. Und wir treffen einen der drei Physik-Nobelpreisträger 2019. Michel Mayor erklärt uns, wie man Planeten außerhalb unseres Sonnensystems finden kann, die faszinierenden Exoplaneten. Die 25. UN-Klimakonferenz trat mit ambitionierten Zielen an, nämlich die Regeln für die internationale Zusammenarbeit in Klimafragen festzulegen. Und alles weist darauf hin, dass dies nicht gelingen wird. In den Entwürfen für die Abschlusserklärung wurden besonders alle Bezüge auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen abgeschwächt. Und das im Jahr der Fridays for Future. Trotz dieses weltweiten Erwachens in Klimafragen scheint in Madrid das Lager der Bremser und Klimawandel-Skeptiker den Sieg davon zu tragen. Jana Schulze berichtet. Haben Sie schon von den Sardinen in Italien gehört? So nennt sich die neue Bewegung gegen Rechtspopulismus, geboren vor einem Monat in Bologna mit einem riesigen Flashmob. Tausende mit Sardinenbildern winkende Menschen haben so gegen die Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini protestiert. Heute nun war der bisherige Höhepunkt der Sardinenbewegung mit rund 100.000 Demonstranten in Rom. Und mitten im Schwarm unser Reporter Gustav Hofer. Mobilisiert wurde auch in Frankreich heute wieder. Zehn Tage lang schon legt eine groß angelegte Streikwelle weite Teile des öffentlichen Lebens lahm. Besonders Bus- und Schienenverkehr sind betroffen, aber auch in Behörden, im Gesundheitssektor, im Justizapparat und in Schulen und Universitäten wird vielerorts gestreikt und demonstriert. Stein des Anstoßes ist, Sie wissen es, die geplante Rentenreform. Ein öffentliches Kräftemessen zwischen Gewerkschaften und Regierung, das jeder im Land zu spüren bekommt. Mehr dazu mit Marion Roussech. Wenden wir uns Afrika zu. Im Sudan wurde Langzeit-Despot Omar al-Baschir wegen Korruption zu zwei Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Acht Monate nach seinem Sturz durch das Militär stand der 75-Jährige damit erstmals vor Gericht. Die Strafe antreten muss er allerdings erst nach einem zweiten, noch ausstehenden Prozess. In diesem Verfahren wird ihm vorgeworfen, die Tötung von Demonstranten während der Portreste vor seinem Sturz angeordnet zu haben. Über die schwierige Aufarbeitung der jüngeren Geschichte des Sudan berichtet Sarah Hofmeyer. Erkennen Sie die Melodie? Genau, es ist wieder der Samstag der Wissenschaften bei uns. Wir beweisen Ihnen heute, dass man Astronom, Nobelpreisträger und ein begnadeter Erzähler in einem sein kann. Aber bevor Sie die Bekanntschaft mit Michel Maillot machen, erst neue, wichtige Entdeckungen und Forschungsergebnisse zusammengestellt von Fred Toussaint. Ja, und Sie lernen jetzt einen der Wissenschaftler kennen, die in den 90er Jahren die allerersten Exoplaneten entdeckt haben. Also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die diese neue Sonde nun erforschen soll. Der Schweizer Michel Maillot wurde in diesem Jahr gemeinsam mit zwei Kollegen mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Und zwar für bahnbrechende Beiträge zum Verständnis des Kosmos. Wie man die Existenz dieser Exoplaneten beweisen konnte und damit die Existenz anderer Sonnensysteme, das erklärt uns Michel Maillot jetzt so, dass jeder es verstehen kann. Die Fragen stellte Laurent Ollrück. Der blitzgescheite und sympathische Michel Maillot plaudert noch weiter aus dem Universums-Nähkästchen auf arte.tv. Ja, und für die Kultur blicken wir noch einmal nach Frankreich und zwar auf die Szene der freien Theater. Auch hier rumort es kräftig, nicht wegen der Rentenreform, sondern wegen einer Neugestaltung der Finanzierung dieser nicht-staatlichen Bühnen. Wütend ist man aus zweierlei Gründen. Erstens wurde diese Reform ohne vorherige Abstimmung beschlossen und zweitens fürchten die Theaterschaffenden nun um ihre Unabhängigkeit. Warum? Das erklärt die Reportage von Julien Welter. Voilà, das war's von uns. Und während auf der COP25 weiter um ein Ergebnis gerungen wird, lädt Arthes jetzt auf das Archipel Tockelau mitten im Pazifik ein, wo der Strom zu 100% aus Solarenergie gewonnen wird. Ihnen einen wunderbaren dritten Advent und bis morgen Abend um 19.10 Uhr. Merci, Erdemar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017